Stilaupadas, guten Tag! Ich wünsche Ihnen, dass Sie heute zu sich sagen können, nicht ab heute alles auf einmal, aber auf jeden Fall ab heute mit einem deutlichen Trend in die gesunde Richtung. Und ich habe das Gefühl, dass ich wach geworden bin. Ich habe auch begriffen, dass ich nicht den Kopf hängen lassen und mich von der Lebensenergie abschneiden sollte, sondern mich stattdessen mit zusätzlicher Lebensenergie versorgen sollte. Es gibt in der Medizin tausende von Beispielen, wie zwei Patienten mit genau denselben Voraussetzungen zwei völlig verschiedene Ergebnisse erzielen, nur weil der eine sich aufgibt und der andere mit einer jetzt erst Recht Einstellung seinen Körper wieder in Schwung bringt. Ich will zu denjenigen gehören, die gar nicht erst darauf warten wollen, sondern freiwillig etwas für ihren Körper tun. Tschüss, bis morgen!